Metasensibilität ist die Kompetenz, einen kommunikativen Konflikt empathisch zu erkennen und indirekt zu lösen. Voraussetzung dafür ist ein Gespür für verbale und nonverbale Signale. Hilfreich ist außerdem eine Sensibilisierung für vermeidbare interkulturelle Konfliktfelder, wie etwa die Reproduktion von Stereotypen und Stigmatisierungen. So wird es möglich, das eigene kommunikative Verhalten der Gesprächssituation und dem Gegenüber anzupassen und das Konfliktpotenzial zu verringern.